Hallo! Ihr wollt doch, dass ich mal mehr Videos mit meinen Kollegen mache, oder? Mache ich ab sofort sehr gerne, allerdings nicht auf diesem Kanal. Wir haben jetzt einen eigenen Kanal zusammen, Stimmen unter Wasser. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Dort werden wir Videos zusammen hochladen oder Jürgen und Fritz laden dort eigene Videos hoch. Die Kanäle von Fritz und Jürgen werden stillgelegt. Videos von mir allein findet ihr weiterhin auf diesem Kanal. Also, wir freuen uns auf euch. Euer Santiago.